Schau mal, wie viel Schloss, wie viel haben wir denn eigentlich? Verdienen mindestens 50.000, das ist glaube ich mein Ziel. So, nochmal das Ganze. Ich höre, wie lange ich an so einer billigen Scheiß-Missione hänge in dem Spiel. Finde ich immer wieder erstaunlich. So. So. Uah, warum ist meine Maus hingesprungen? Springt die einfach weg. Ja, ja, kleinen Momentzüge, immer mit der Ruhe. Immer locker durch die Hose atmen. Oder so ähnlich. Da-da-dun, da-dun. Fahr du Zug, jetzt fahr in dein Ziel. Und ich höre auf zu singen, sonst guckt keiner mehr zu. Fahr in dein Ziel, so far away. Ich glaube, ich habe damit gerade alle Zuschauer dieses komischen Spiels vergrault. So. Lala. Wo ist denn hier noch ein... Kein Zug mehr da, doch da unten kommt noch eine Session. So. Ja, wir können gleich noch mal gucken, ob wir nicht noch ein zusätzlicher noch kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet 5000 oder so. Das ist, glaube ich, gar nicht so günstig, den zusätzlich zu kaufen. Hm. So, mal gucken, ob die das schaffen. Die fänden wahrscheinlich getraten, weil wir da genau gleichzeitig ein. Hm. Könnte ein bisschen knapp werden. Der andere ist irgendwie auch schneller. Oder? Da würde ich ihn auch unterschiedlich schnell. Deswegen muss da mal so ein bisschen drauf achten. Gelben sind nämlich... Okay, die sind beide gelb. Oh, umdrehen. Los, fahr. Sehr schön. Ich muss warten, bis er noch rauskommt. Lalalalalalalalalala. Ah, schon mal los. Ich warte auf dich. So. So. Warten auf den nächsten Zug. Lalalalalalalala. Ich warte auf den nächsten Zug. Nach Bad Salzufflen. Weil der Ortsname witzig ist. Jetzt fährt er los. Der Zug fährt los. Jetzt lasst den Zug losfahren. Dankeschön. Rotes Dock. Die rote Lok. Wird auch gleich... Oder nee, zum roten Bahnhof. Wird der nächste von hier aus auch fahren. So. Dann haben wir das. Lass mich noch gleich schon mal losfahren. Zack. Was ist denn jetzt? Habe ich den zum falschen Bahnhof geschickt? Die sind hier aufgepasst. Die blauen Farben sind aber so mega eklig zu unterscheiden. Sorry. So. Zack. Kann ich jetzt nicht hier... Ah. Ich will hier hinten rauf. Danke. Stopp mal. Du, lass die jetzt fortsetzen. Ach nein. Boah. Dreh dich. Dankeschön. Dreh dich nochmal. Ja. Sehr schön. Ich habe viel zu viel Geld für irgendwelche sinnlosen Schienen ausgegeben. Ähm. Du kannst auch schon mal losfahren. Dann fahr du erstmal durch. So. Ich muss ja jetzt mal auf alle warten hier. So. Und weiter geht's. Ach nein. Doch. Ist doch richtig. Fahr. Jetzt war ich halt nicht die Lok schon umsonst an. Und los. Fahr weiter. Und weiter geht's. Hinterher. Und dann können wir das gleich schon mal umstellen. Ich wette mit dir der Rote kommt da gleich raus. Ding. Was heißt hier das Ding? Da hinten sind noch welche da. Ach. Da hinten ist noch ein neuer Bahnhof. Ja. Kommt sofort dazu. Ich muss ja mal das Chaos hier lösen. Dankeschön. Dann kann der R losfahren. Kann er losfahren. Dann losfahren. Kleiner Linere. Er kann losfahren. Und der nächste Bahnhof ist auch schon da. Mission gescheitert. Was war denn jetzt schon mal wieder den? Habe ich den? Was ist denn los mit dieser Mission? Hallo. Das ist ja langsam echt unschön. So. Nochmal das Ganze. Wie lange spiele ich jetzt schon an dieser Mission? Bestimmt drei Folgen oder so. So. Zack. Weiter. Und los. Fahr los. Fahrt los. Kann man das Spiel eigentlich schneller schalten? Kann man es anhalten. Hier kann man fortsetzen. Ne. Schneller geht glaube ich nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Ich weiß gar nicht was das Ziel überhaupt ist. Wo sehe ich was ich erreichen muss. So. Jetzt können wir schon mal eine weitere Lok kaufen. Sei schön. Dann können wir hier auch schon mal losfahren lassen. Und gleich. Wenn der drin ist, lassen wir ihn noch mal durchgefahren. Sehr schön. Wenn der durch ist, lassen wir den nächsten noch durchfahren. Ich frage mich, ob es später noch größere Karten ist oder was. Vor allem dann später noch kommen. Wahrscheinlich wird es einfach nur komplizierter und ich werde noch mehr verkacken. So. Raus mit dir. Ja. Du musst jetzt ein kleines Moment warten da hinten drin. Bis die beiden angekommen sind. Mal gucken. Wenn ich Glück habe, kommt ja einer. Der ist da oben hin weiß. Ne. Der will auch da hin. Boah. So. Und das sieht schon wieder so dunkel aus. Gehört der eigentlich noch da oben? Glaube ja. Der glaube der gehört da gar nicht hin. Wir werden es gleich sehen. Ich finde diese beiden Farben kann man so. Der ist zu dunkel. Nein. Den müssen wir einfach nochmal drehen. Ich kann das echt nicht erkennen. Teilweise ist es echt zum Kotzen. Zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Fahr mal hier. Du kannst ja auch nochmal rausfahren. Ja, fahr mal raus. Ah, der fährt jetzt eh gleich raus. Sehr schön. Der kann auch nochmal rausfahren. So. Stopp mal eben. Stopp mal eben. Deine Lok. Stopp mal eben. Deine Lok. Ich schaue jetzt mal eben was. Einstellungen. Modus für Farben. Es gibt den sogar. Mal gucken, ob der besser funktioniert. Übernehmen. Ich guck mal was passiert. Fortsetzen. Hat sich was verändert? Mhm. So. Ich weiß nicht, dass er jetzt erstmal hier muss. Deswegen schick ich den hier gleich mal raus. Ne, der fährt jetzt auch erstmal ab. Okay, dann müssen wir ihn auch erstmal abfahren in die Richtung. So. So, dann hier. Stopp mal eben. Bevor der jetzt gleich da rein donnert. Der kann auch schon mal losfahren. Ich wette, einer von den beiden fährt gleich los. Muss gleich losfahren. Einer von den beiden kriegt gleich einen Counter und muss gleich losfahren. Das wäre dann richtig nervig. So. Er wahrscheinlich wird gleich einen Counter und bekommen. So. Ach. Na stopp. Dreh dich mal bitte. Nein, drehen. Quatsch. Mal wieder nicht aufgepasst hier. Passiert mir aber öfter. So. Das ist auf jeden Fall ein heller blauer. So. So. Hm, 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 hm. Fahr noch ein bisschen weiter. Weil sonst kann ich dich da nicht rauslassen. Sonst können wir das nicht. So, jetzt können wir den drehen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr drehen. Na, egal. So. Noch jemand, der gleich rausfährt? Wahrscheinlich. So. Ich würde ihn hier erst gerne rauslassen, weil ich dann... Ach gut, machen wir mal. Müsste doch irgendwie gehen hier. 4.000. Warum ist das so teuer? So. Ich jetzt hier so. Das geht sogar. Sehr schön. Sehr gut. Dann können wir nämlich die beiden jetzt losschicken. Endlich schon mal losschicken. Du bist pleite. Warum bin ich denn schon wieder pleite? Ach, wie soll ich das denn schaffen? Nochmal das Ganze... Ja, bitte. Hallo. Hat der eigentlich was verändert mit diesem Farbenblinden-Modus? Fiel Fortschritt löschen. Doch, ist drinne. Okay. Wahrscheinlich bin ich so farbenblend, dass das Oliver wieder was hilft. Nein, aber wahrscheinlich mit dem Rot-Grün-Schwäche. Das wird wahrscheinlich dann rausgenommen werden. Obwohl ich das irgendwie mit dem Blauen viel dümmer finde. So. So, brauchen wir hier nochmal eine Verbindung. Sehr schön. Jetzt können wir auch schon mal eine hinzufügen. Ein roter, okay? Ein roter und ein gelber. Dann lassen wir den roten gleich fahren. Wenn der durch ist, lass ich den roten fahren. Mal nochmal schon mal rausfahren. Komm. Das müsste jetzt locker klappen miteinander vorbei. Und wenn der da durch ist, lass ich den gelben fahren. Dann haben wir die auch schon mal fertig. Sehr schön. Und raus mit dir. Ich muss, glaube ich, viel mehr Strecken bauen und so, habe ich das Gefühl. Weiß ich aber nicht. Ich bin halt zu sparsam mit dem Geld. Und los. So, du kannst auch schon mal losfahren. Das passt. Die werden einander vorbeifahren können. Die werden einander vorbeifahren können. Passt alles. So. Kommen wir schon mal eine weitere. Komm. Dann lassen wir auch schon mal losfahren. Und los. So. Warum nehmen wir eigentlich immer so komische Farben? So eine schwarze, weiße Lok. Dann würde man das super unterscheiden können alles. Aber ist wahrscheinlich auch nicht jeder so blöde farbenblind wie ich. Ich frage mich, ob es ganz farbenblinde gibt. Muss sie ja auch geben. Also wirklich die gar nichts mehr sehen. Also kann wirklich kein... Wirklich nur noch alles schwarz-weiß. So. Oder? Weiß ich nicht. Müsst ihr es ja geben, ne? Und du kannst nochmal losfahren. In der Zeit. 7100. Der ist aber wertvoll. 7000. So. Warum geht denn das so schnell runter bei dem? So. Und dann der nächste auch direkt hinterher. Dann kann man hier schon mal was anbinden. Und hier schon mal rüber gehen. Und hier auch mal irgendwie was anbinden. Ich bin jetzt jetzt zu teuer, weil ich hier durch die ganzen Beete ruhig muss. Zack. Fahr mal auch nochmal raus. So, dann kann ich das, das passt. Dann können die da hinten ins Grüne reinfahren. So. Dann haben wir auch das. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Diesmal haben wir ein bisschen Glück mit den Farben auch. So. Wollen wir noch irgendwann wen hier oben? So. Dann auf. Ach guck mal, die Buchstaben. Die sehe ich jetzt erst, die da draufstehen. Sehr schön. Das ist der Blindenmodus. Sehr cool. Das mit dem Buchstaben jetzt noch drauf ist. So. Dahin. Haben wir noch irgendwie, der gerade losfährt? Ne, haben wir nicht. Wir müssen die beiden nochmal verbinden, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal das hier miteinander verbinden. Mal nach, mal nach. Jo, passt. Dann müssen wir hier dringend eine Verbindung hochbauen. Nein. So, irgendwie. Genau. So. Zack. Dann dahin und dahin und hier nochmal einmal dahin. Sehr schön. So, passt das. Haben wir irgendwo noch einen rumstehen? Ja, hier. Sehr schön. Dann nach oben hoch. Dann können wir noch mal einen kaufen. Schon mal ein bisschen Geld hier auch. Hier unten hin. So, dann hier einmal hier hoch. Da, gut. Das stellt sich automatisch um. Komm, wir kommen nochmal einen hier. Haben wir das auch? Wollen wir noch hier unten noch einen? Ähm. So. Oh, weißt du, was mir gerade passiert ist? Mein Bildschirm ist mir gerade ausgegangen. Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, der geht jetzt wieder. Da ist er wieder. Sehr schön. Gut, passt sogar noch alles. Glück gehabt. Ich war gerade echt panisch, weil mir gerade mein Bildschirm einfach ausgegangen ist. Manchmal hat er halt so einen kleinen Wackelkontakt. Und das ist ein bisschen nervig. So. Das passt. Er fährt da hin. Das müsste auch passen. Ja, passt. Zack. Und los geht's. Ich fährt da auch nochmal da raus. Und ich kann mir nochmal eine kaufen. Eine extra Lok. So. Da. Rot. Sehr schön. Rot. Wo haben wir noch hier eine? Ne, das passt. Ja, so langsam läuft's doch. Also diese Runde ist schon deutlich besser als den ersten, wo ich richtig verkackt habe. So. Zack. Perfekt. Komm, wir kaufen uns nochmal eine. Können wir nicht. Können wir gerade keinen weiteren Zug ansetzen? Wahrscheinlich, weil die Sache durch ist, oder? Weil wir die Mission zu Ende haben? Keine Ahnung. Kommt doch gerade kein Zug mehr. Deswegen vermute ich, dass wir durch sind. Ja, sehr schön. Mission erfolgreich. Endlich. 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 Endlich.